Jugendliche im Widerstand gegen den Faschismus. Helmut Hübner. Die jüngste Person, die von den Faschisten hingerichtet wurde, war der 17-jährige Helmut Hübner aus Hamburg. Er wurde am 8. Januar 1925 geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen als Sohn einer Arbeiterin auf. Einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbrachte er bei den Großeltern in Hamm. Seine Familie und somit auch Helmut Hübner waren zugehörig zu der Glaubensgemeinschaft der Mormonen. Nach dem Abschluss der Schule begann er im April 1941 eine Berufsausbildung in der Hamburger Sozialbehörde. Gleichzeitig ist er immer ehrenamtlich bei den Mormonen tätig. Anfangs scheint die NS-Ideologie auf Helmut eine gewisse Anziehungskraft ausgeübt zu haben. Er trat 1938 mit 13 Jahren dem Jungvolk, also der Jugendorganisation der Nazis für 10- bis 14-jährige Jungen, bei und schloss sich später der Hitlerjugend an. Im Laufe der Zeit entwickelte er aber eine kritische Haltung und Abneigung gegenüber den Nazis, welche später zu seinem aktiven Widerstand führte. Dies erfolgte aufgrund der zunehmenden Einschränkungen der Aktivitäten der Kirche und die Diskriminierung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime. 1940 kommt er in Kontakt mit einer illegalen Altonaer kommunistischen Jugendgruppe. Er wendet sich aber mit seinen beginnenden Widerstandsaktivitäten mehr dem Stadtteil zu, in dem er wohnte. Er hörte regelmäßig ausländische Rundfunksender und verbreitete wichtige Meldungen als Streuzettel im Stadtteil. Im Sommer 1941 schließen sich Helmut und seine Freunde Rudolf Vorbe, Karl-Heinz Schnibbe und Gerhard Düwer zu einer inoffiziellen Widerstandsgruppe zusammen. Sie diskutieren gemeinsam zahlreiche Flugblätter und verteilen sie in Hamburger Arbeitervierteln, um die nationalsozialistischen Wehrmachtberichte und Nachrichtensendungen zu korrigieren. Im Winter 1941 sehen die Freunde um Hübner bereits die militärische Niederlage Deutschlands voraus. Sie wollen deshalb die Menschen über den Ernst der Lage aufklären. Innerhalb von sechs Monaten entwerfen sie mehr als 20 Flugblätter. Einen Teil aus einem dieser Flugblätter wollen wir jetzt vorlesen. Es wurde 1941 von Helmut Hübner entworfen und richtet sich an die Jugend. Deutsche Jungen, seid ihr euch überhaupt bewusst, was die HJ ist und welche Ziele sie verfolgt? Ihr könnt es nicht wissen. Eure selbstherrlichen Führer und Unterführer predigen immer von Kameradschaft, während sie sich selbst aus dem Kreise der Kameradschaft ausschließen. Sie fühlen sich hier doch recht in ihrem Element, wenn sie die eingeschüchterten Jungen, wenn sie euch tyrannisieren können. Oder wollt ihr etwa abstreiten, dass man euch mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gefügig machen will? Das ist also die weit und breit gepriesene HJ, eine Zwangsorganisation ersten Ranges zur Heranziehung nazihöriger Volksgenossen. Hitler und seine Komplizen wissen, dass sie euch von Anfang an den freien Willen nehmen müssen, um gefügige, willenlose Elemente aus euch machen zu können. Denn Hitler weiß, dass seine Zeitgenossen ihn langsam zu durchschauen beginnen, ihn, den Unterdrücker freier Nation, den Mörder von Millionen. Darum rufen wir euch zu. Lasst euch euren freien Willen, das Kostbarste, was ihr besitzt, nicht nehmen. Lasst euch von euren Führern, selbstherrlichen Königinnen und Kleinen, nicht unterdrücken und tyrannisieren, sondern wendet vielmehr der HJ, dem Werkzeug des Hitler-Regimes, für euren Untergang den Rücken. Wir sind bei euch und unsere Hilfe ist euch jederzeit gewiss. Ende Januar 1942 bitten Düver und Hübener, einen Bekannten, die Flugblätter ins Französische zu übersetzen. Sie werden dabei beobachtet, denunziert und am 5. Februar 1942 von der Gestapo verhaftet, die wenige Tage später auch Schnibbe und Wobbe festnimmt. Die Jugendlichen werden schwer misshandelt. Am 11. August 1942 findet vor dem Berliner Volksgerichtshof der Prozess statt. Karl-Heinz Schnibbe gab in seiner Biografie eine ausführliche Schilderung zu seinen Erinnerungen des Prozesses. Während des ganzen Prozesses stand Helmut da, wie eine Eiche, und gab Antwort. Warum hast du das getan? Weil ich wollte, dass die Menschen die Wahrheit wissen sollten. Soll das etwa heißen, die britischen Gräuelgeschichten seien wahr? Genau. Ab und zu wurde Helmut sogar sarkastisch gegenüber Oberlandsgerichtsrat Fickeis. Dieser fragte zum Beispiel, willst du mich glauben machen, dass die Engländer uns die Wahrheit sagen? Glaubst du das wirklich? Helmut darauf, ja, sicher, sie nicht? Oder die Richter fragten Helmut, du zweifelst doch nicht an Deutschlands Endsieg. Und er fragte zurück, glauben sie vielleicht, dass Deutschland den Krieg gewinnt? Für Helmut lautete das Urteil trotz seines jungen Alters Todesstrafe. Die anderen drei Freunde wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Zum Schluss wurden die Angeklagten der Reihe nach gefragt, ob sie noch etwas zu sagen hätten. Sie fingen mit Düva an. Nein, ich habe nichts zu sagen. Schnibbe, haben sie noch was zu sagen? Nein. Wobbe? Nein. Hübner? Ja. Helmut stand da und sagte furchtlos zu den Richtern. Ich muss jetzt sterben und habe kein Verbrechen begangen. Jetzt bin ich dran, aber sie kommen auch noch dran. Ich bin frob, ich bin froh. Ja. Bin ich durch. Ich bin froh. Ich habe nichts zu sagen. Ich bin froh, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vielen Dank.